Der Prolog von Orid vom 16. September Gedenken Die heilige Großmehrtürerin Ephimia wurde in Chalcedon geboren. Ihr Vater Philothronos, ein Senator, und ihre Mutter Theodoricia waren fromme Christen. Ephimia war eine schöne Jungfrau an Körper und Seele. Als der Senator Priskus ein Fest veranstaltete und Ares in Chalcedon Opfer darbrachte, blieben 49 Christen diesem schändlichen Opfer fern und verbargen sich. Doch sie wurden entdeckt und vor Priskus gebracht. Unter ihnen war die heilige Ephimia. Als sie der hochmütige Priskus fragte, warum sie den kaiserlichen Erlass nicht beachte, antwortete sie, Sowohl deinem Gebot als auch dem des Kaisers muss man gehorchen, solange sie nicht im Gegensatz stehen zum Gott im Himmel. Doch wenn sie im Gegensatz zu Gott stehen, darf man ihnen nicht gehorchen, sondern muss sich ihnen verweigern. An 19 aufeinanderfolgenden Tagen unterwerf er sie verschiedenen Foltern. Am 20. Tag sonderte er Ephimia von den anderen ab und versuchte ihr zu schmeicheln wegen ihrer Schönheit, um sie für den Götzenkult zu gewinnen. Nachdem sich seine Schmeichelei als vergeblich herausstellte, befahl er die Jungfrau von neuem zu matern. Zuerst folterte man sie auf dem Rad, doch ein Engel Gottes erschien Ephimia und zerbrach das Rad. Dann warf man sie in einen Brennofen, doch sie wurde durch die Kraft Gottes bewahrt. Zwei Soldaten, namens Victor und Sostenes, die dies sahen, kamen zum Glauben an Christus. Dafür wurden sie den wilden Tieren vorgeworfen und beendeten so glorreich ihr irdisches Leben. Ephimia wurde daraufhin in eine mit Wasser gefüllte Grube geworfen, in der sich viele Giftschlangen befanden. Doch sie machte das Zeichen des Kreuzes über dem Wasser und blieb unbeschadet. Schließlich wurde sie den wilden Tieren vorgeworfen und mit einem Danksagungsgebet an Gott gab sie ihren Geist auf. Ihre Eltern begruben ehrenvoll ihren Leib. Ephimia litt im Jahr 304 und trat ein in die ewige Freude. Ihrer wird auch am 11. Juli gedacht. Der gottgeweihte Dorotheos war ein Einsiedler im 4. Jahrhundert. Er lebte in einer Hütte in der Tebais und mühte sich volle 60 Jahre lang in der Askese. Er zeichnete sich durch eine ungewöhnliche Liebe zur Arbeit und durch Wundertätigkeit aus. Tagsüber baute er Hütten für neue Mönche, Nachts wob er Matten und unterbrach nie sein Gebet und seinen Psalmen Gesang. Der heilige Kiprian, Metropolit von Kiew, wurde in Tirnovo geboren, doch er lebte als Serbe auf dem Berg Athos. Er beschäftigte sich insbesondere mit der Übersetzung und Abschrift von Büchern. Sein Patron war Philotheos, der Patriarch von Konstantinopel. Als der Patriarch Kiprian auf dem Berg Athos kennenlernte, nahm er ihn in seinen Dienst und schickte ihn schließlich als Metropolit nach Kiew. Dort erlitt er viel Kummer und Unglück. Doch er erduldete dies alles mit Sanftmut und Geduld und brachte durch seine fruchtbare Arbeit der russischen Kirche viel Nutzen. Fast 30 Jahre verbrachte er in seiner Berufung als Metropolit. Vor seinem Tod schrieb er eine Abschiedsrede, die über seinem Grab verlesen wurde. Er ging ein in die Ruhe am 16. September 1406. Seine wundertätigen Reliquien ruhen in der Kirche des Entschlafens der allheiligen Gottesgebärerin in Moskau. Die heilige Märtyrerin Ludmilla war die Großmutter des tschechischen Königs Václav, Sie war mit dem tschechischen Fürsten Bordivoye verheiratet. Durch ihren Eifer für den christlichen Glauben brachte sie viele aus dem Heidentum zur Kirche. Ihre Schwiegertochter hasste sie und ließ sie in hohem Alter erwürgen. Václav brachte Ludmillas Leib in die Kirche des heiligen Georg in Prag. Viele Wunder geschahen über ihren Reliquien. Sie litt in Tequino im Jahr 927. Der heilige Václav, selbst ein großer Eiferer für den orthodoxen Glauben, wurde von seinem Bruder Boleslav getötet. Lobeshymne Die heilige Großmärtyrerin Ephimia Allgesegnete Ephimia, heilige Jungfrau, brachte sich selbst Gott als Opferlamm dar. Weder stöhnte noch seufzte noch trauerte sie, sondern dankte Gott von Herzen für ihre Matern. Engel erschienen ihr in den Flammen und löschten die Funken mit kühlem Himmelsstau aus. So ist unser Glaube unbesiegbar. So ist die Liebe zu Gott unauslöschlich. Ephimia, weise Jungfrau, Jungfrau Christi Christus, der Herr, gab dir das Reich für dein Leiden. Du hast Freimut vor der Mutter Gottes und Christus dem Herrn. Und durch deine heiligen Gebete bringst du vielfach Hilfe. O Ephimia, bete für alle Sünder und bekehre sie, o Heilige, zu Umkehr und Buße. Betrachtung Irgendein unerwartetes Unglück kommt über uns und wir fragen uns vergeblich warum. Allein die Kirche Christi vermag den Grund eines jeden Unglücks zu erklären. Die Kirche unterteilt alle Unglücksfälle in zwei Gruppen. In der einen sind jene, die über Sünder infolge ihrer alten, unbereuten Sünden hereinbrechen. In der anderen sind jene, die den Gerechten widerfahren und, gemäß den Worten Christosdomos, als Mittel dienen, eine Krone zu erlangen, wie das bei Lazarus und Hiob der Fall war. Kaiserin Evdokia sympathisierte insgeheim mit der eftichischen Heresie und hörte dabei auf den Rat des verräterischen Eunuchen Christaphyus. Plötzlich brach das Unglück über sie herein. Eines Tages brachte ihr ihr Gemahl, Kaiser Theodosius, einen großen Apfel. Die Kaiserin schickte den Apfel zum kranken Senator Paulinus. Dieser schickte den Apfel aus Liebe zum Kaiser, dem Theodosius. Dies ließ im Kaiser arg wohnen und Zweifel über seine Frau und den Senator aufkommen und er fragte seine Frau, wo der Apfel sei. Sie log und sagte, sie hätte ihn gegessen. Dies verstärkte noch den Verdacht des Kaisers und er verbannte Evdokia nach Palästina. Nach einer gewissen Zeit wandte sich Evdokia von ihrer Heresie ab und kehrte auf Anraten der großen geistlichen Lehrer Palästinas mit ganzem Herzen zur Orthodoxie zurück. Das ungemachte Kaiserin entstand nicht aus irgendeinem Fehlverhalten mit Paulinus, darin war sie völlig unschuldig, sondern infolge ihres heretischen Glaubens. Ein anderes und davon unterschiedenes Beispiel, Kaiser Markian reiste, als er noch Heeresbefehlshaber war, eines Tages in der Nähe von Philippopolis, als er den Leichenarm eines Mannes am Straßenrand sah. Aus purem Mitgefühl stieg er vom Pferd herab und begann ihn zu beerdigen. Jemand sah das und brachte den Heerführer als Mörder vor Gericht. Markian wäre mit dem Tod bestraft worden, wenn Gott nicht bald offenbart hätte, wer der wirkliche Mörder war. Dieses Unglück fällt in die zweite Gruppe, zur Erlangung einer Krone. Der Heerführer Markian wurde bald darauf zum Kaiser gewählt. Zum Nachdenken Lasst uns über Gottes Urteile nachdenken, die nach menschlicher Sichtweise seltsam sind. Erste Könige Kapitel 14 Wie Jerobeams Sohn als Strafe für die Apostasie seines Vaters und für seine eigene Rettung krank wurde und starb. Wie der Rest von Jerobeams Haus umkam und in der Stadt von Hunden oder von Vögeln im Feld gefressen wurde. Homilie Über die Macht, die der Herr innehat Ich habe Macht, es mein Leben hinzugeben und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Johannes 10, Vers 18 Die göttliche Macht unseres Herrn Jesus Christus erwies sich in seiner völligen Herrschaft über sich selbst. Wenn man die göttliche Macht von der göttlichen Liebe trennen könnte, wäre es möglich, über Christus zu sagen, dass er sich hätte verleiblichen oder auch nicht verleiblichen können und wiederum, dass er hätte sterben oder auch nicht hätte sterben können. Doch er nahm Fleisch an aus seiner göttlichen Liebe zu den Menschen und aufgrund derselben unaussprechlichen Liebe übergab er sich dem Tod als guter Hürde seiner Schafe. Ein Mensch, der sich tötet, hat keine Macht über sein Leben und er tötet sich nicht durch seine eigene Macht, sondern durch die Macht der Sünde oder des Teufels oder durch die Gewalt irgendwelcher unerträglicher Umstände. Genauso hat ein Mensch, der von anderen getötet wird, keine Macht über sein eigenes Leben, noch hat er die Macht, zu seinen Mördern zu sprechen, ich habe Macht, es hinzugeben, denn er wird gegen seinen Willen gezwungen, es zu verlieren. Der Herr Jesus allein konnte zu den versammelten Hebräern, seinen Mördern sprechen, ich habe Macht, es hinzugeben. Da er diese Macht besaß, wäre er durch ein Wunder für ihn ein Leichtes, fähig gewesen, die Hebräer dem Untergang zu weinen, statt sich kreuzigen zu lassen. Doch er sah die Früchte seines Todes voraus und daher ließ er sich freiwillig töten. Und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Mit diesen Worten sagte er seine Auferstehung voraus. Daher geschah es durch göttliche Macht, dass der Herr starb und auferstand. O allmächtiger Herr, der du die Menschheit liebst, wie wundersam hast du die Rettung der Menschen in deiner göttlichen Macht und Liebe bewirkt. Hilf uns, o hilf uns, dass wir uns diese Rettung zu eigen machen. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.